Dass wir ja nochmal mit dem Danachsbooter nach Hamas Wasser gehen, das ist schon ein Ergebnis, aber ich weiß es schon im letzten Jahr, was wir da an einem Körner schon gemacht haben, wo wir uns heute noch mal bleiben. Sehr ordentlich fahren, das wird fast zusammen zu hoch fahren. Oh, es ist so schön. Ah, okay, es ist so schön. Die drummer wird immer wieder einigen, wenn ich dann heute noch mal was. Da, das ist alles klar. Kinder sind nicht zuschlic range online, wo es jetzt noch mal kommt, wo es jetzt noch mal kommt, wir haben die Ruhe, so, jetzt können wir mal die Kinder jetzt in der Kugel-Technik herrufen Das war's für heute.